Rosberg wieder Erster. Dein Heimkrumm. Ja, der fährt halt zu Hause und ich fahr, ich bin auch Erster von hinten gesehen. Ich wette mit dir, ich mache schon einen Unfall jetzt in der ersten. Ja, die bremsen ja alle da gleich schon wieder. Ich lasse die alle erstmal ein bisschen wegfahren, glaube ich. Wow, perfekt. Ohne. Was denn? Was für ein unerlaubtes Überholen verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Tschüss. Ja, und dann direkt zehn Leute vorbei. Hast du gesehen? Ja, ich war ja dabei. Au! Ja, die bremsen ja tatsächlich. Oh, da hat einer schon was verloren. Ja, ich habe irgendeinen irgendwo drauf geschoben. Warum werde ich verwarnt? Au, jetzt stehen die hier quer vor mir. Ey, du hast sie direkt vor mir quer gestellt. Ich habe ja auch. Strafe. Ja, ich auch. Strafe, Kollision für unten. Da kann ich doch nicht ausweichen hier. Die standen quer. Strafe zwei. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Noch eine Kollision? Was soll ich denn noch? Komm ey, dann kann ich auch gerade ausfallen dann. Die Abkürzung. Vielleicht kriege ich dann noch eine Strafe. Muss man einfach durchschießen. Durch das Schwimmband? Ja. Aber immerhin ist meine Nase noch dran. Wo bist denn du jetzt? Du hast sie hier schön nach vorne durchgeschoben. Und die Nase ab. Das sieht. Krass. Ja, ich muss aber jetzt noch zwei Durchfahrtsstrafen machen. Meine... Nase tauschen. Wahrscheinlich kann ich die Strafen gar nicht antreten, weil ich jede Kurve, äh, jede Runde einfach meinen Frontflügel wechseln muss. Ja, das kann natürlich sein. Scheiße. Boah, was fahr ich mir hier zurecht, äh? In zehn Minuten leichte Regen. Okay. Habe ich jetzt harte Reifen drauf? Weiß ich nicht. Wat, wat ist weich? Welche Farbe? Rot. Scheiße, ich hab harte Reifen drauf. Für einen längeren Stint? Da hab ich mir denn harte draufgepackt. Ja, ich fahr jetzt durch damit. Wieso komm ich hier nicht um die Kurve rum, äh? Warum ist das jetzt meine letzte Chance, die Strafe anzutreten? Ja, weil du drei Runden hast für zwei Strafen. Ach so. Du musst jetzt rein und die nächste auch nochmal rein. Und Flügel ab. Ja. Disqualifiziert. Hast du noch eine Strafe bekommen? Nö. Ja, die kannst du dann nicht mehr absetzen wahrscheinlich. Ich hab meine Nase verloren. Nein, ich hab keine Strafe bekommen. Ich hab meine Nase verloren. Ach so. Da wirst du disqualifiziert? Ja, weil ich anscheinend dann meine Strafe nicht antreten kann. Ach so, ja. Stimmt. Ah super. Das ging ja schnell. Das ging echt schnell. Das ging echt schnell. Scheiße ey. Ja, was fährst du denn auch rein, ne? Ja. Was fährst du denn auch rein, ne? Ja. Ja, da stand zwei Autos quer auf der Strecke. Da konnte ich nix anderes als den rein fahren. Gucken wie du so fährst. Beschissen natürlich. Nimm's eigentlich auf? Ja. Aber ich glaub, da kann ich gleich abbrechen, wenn ich meine Durchfallstrafe mache. Ja. Da bist du. Da ist ja nicht so spannend, ey. Guck mal dir mal zu beim Fahren. Komm. Flügel ab. Oh, ganz vorsichtig. Ja, sieh. Du musst ja Durchfallstrafe machen. Und jetzt, zack. Und jetzt hier an der Boxenmauer. Wahrscheinlich. So, jetzt.